Hallö hier Leute, willkommen bei Partido Gaming und zurück zu Part 2 von Banana Kong. Ich muss allerdings nochmal neu anfangen, weil ich einen dummen Fehler gemacht habe. Ich spiele das jetzt auf meinem iPad und fange quasi nochmal an. Ist aber nicht so schlimm, wir kriegen das schon hin. Und jetzt bin ich auf jeden Fall auch besser ausgestattet quasi. Habe vorher auf dem Rechner gespielt, jetzt auf dem iPad. Und das funktioniert einfach besser. Ich kann einfach besser spielen, weil ich nicht mit der Maus spiele, sondern tatsächlich mit den Fingern. Und ich hoffe für euch, dass es nicht leckt, nach unten wischen. Okay, alles klar, nach unten wischen. Ich hoffe für euch, dass es nicht leckt. Und ja, schauen wir einfach mal, ne? Wir machen jetzt einfach Level 1 quasi nochmal. Achso, gedrückt halten, ja. Alles klar, funktioniert. Also ich muss es dreimal machen. Okay, so, haben wir. So, wir müssen diese blöden 100 Bananen wieder schaffen. Das war ja ein ziemlicher Struggle, ne? Diese 100 Bananen dazu bekommen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt besser unterwegs. So, Dash, Dash. Ich muss dashen. Okay. So, Leute. Jetzt geht es hier ab. Jetzt geht es hier ab. Wir machen das jetzt alles im ersten Lauf schon. So einfach, was? Power durchzerstört hin, das ist ja genau. Und Feuer! Okay, du bist bereit. Viel Glück. So, Leute. Los geht's. Los geht's. Jetzt auf dem Weg zu 100 Bananen. Direkt schon im ersten Level. Das wäre ja mega. Okay, da hätten wir schon mal rein dashen können. Hätten wir einen Dash. Haben wir aber nicht. Jetzt haben wir einen Dash. Okay. Wenn hier einen Höhleneingang. Ich sehe einen. Direkt in die Höhle gekommen. Ja, mega. Das habe ich im letzten Part nicht einmal geschafft. Jetzt bin ich direkt drin. Komm, wir machen mal weiter. Wir machen mal direkt weiter. Ja, komm. Oh, es ging nicht. Okay. Dafür haben wir das Achievement bekommen. Im ersten Part. Wow. Das habe ich letztes Mal nicht geschafft, ne? Okay, Leute. Noch Waffen vorn. Und Feuer! Los geht's, komm. Oh, immer nehme ich dieses blöde Fast mit. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin, Leute. Na gut, was soll ich sagen? Ich bin ein kleiner Noob. War? Wisst ihr ja. Was soll's? Ui, das war knapp. Das war knapp. So, jetzt hier eine Liane. Das wäre was, oder? Man kann sogar von einer Liane aus ein Powerdash machen, habe ich gesehen. Sehr interessant. Zack. Jawoll. Höhle! Cool! Das ist wieder eine Höhle! Irre! Und wir sind auf dem Weg... Wow! Wow! Auf dem... Wow! Das geht ab. Auf dem Weg zu 100 Bananen. Okay, ich lebe noch. Irgendwie. Wir sind auf dem Weg zu 100 Bananen, Leute. Wir haben schon die Hälfte. Das wäre natürlich cool, wenn wir hier alles in einmal schaffen, oder? Was ist das denn? Ein Tier? Wie haben wir hier ein Tier am Start? Wow! Was geht ab? Hallo? Okay, das Tier ist ziemlich krass. Ich reite einfach auf dem Tier. Das ist ja geil. Das kann alles zerstören. Aha! Okay. Das ist ja ultra gut. Leute, schaut euch das mal an. Ich kann ja durch alles durchkrachen. Okay, das ist ja mega gut, ey. Jetzt kommen wir schon mal richtig gut voran hier, oder was? Solange wir diese Tierchen haben... Oh, das war's. Okay. Zack, da sind wir wieder. Aber Tiere lohnen sich. Jetzt sehe ich das gerade mal. Tiere kann man ja kaufen im Shop. Verschiedenste. Die irgendwas bewirken. Und die war ja schon richtig gut hier gerade. Wow! Wow! Jetzt habe ich gerade mein Dash verhauen. Naja, ist nicht so schlimm. Wir haben schon wieder... Nein, nein! Rette mich! Rette mich! Wir sind gerade so gut. Da möchte ich gerne gerettet werden. Okay. Nochmal. Oh, nein! Warum bin ich da nicht reingedasht? Ich dussele. Oh! Oh! Okay, ja! Oh, Leute, es wird rapide schneller. Es wird schneller. Es wird viel schneller. Es wird zu schnell. Okay. Ich lebe noch. Alles klar. Ja. Right, right, right. Nimm ihn mit. Oh, ja. Oh, ja. Noch ein Tier. Cool. Oh, ja. Das war... Oh, das war nicht gut. Also das Schwein? Das war richtig Bombe. Okay, das war's. Zack! Feierabend. Feierabend. So, was haben wir alles geschafft? 100 Bananen haben wir geschafft. 500 Meter haben wir geschafft. Das war auch noch geschafft. Das Wasser haben wir nicht geschafft. Okay, das war's. 600 Bananen. Okay, komm, machen wir direkt noch eine Runde, würde ich sagen. Attacker! Schon wieder. Beide Kisten mitgenommen. Herrlich. Wieso kriege ich es nicht hin? Bitte schön, da drüber zu springen. Kann mir das irgendwie erzählen? Ich kriege es nicht hin, da drüber zu springen, wa? Okay. Oh, da war ein Krokodil. Da muss ich auch noch aufpassen. Viele Sachen wollen uns hier das Leben schwer machen. Uns kleinen Bananen kommen. Dabei wollen wir nur ein paar Früchte naschen, oder? Leute. Und dann kommen immer die Leute, die sagen, komm, Otto. Hast Früchte nicht verdient? Oh, warum bin ich da nicht reingedasht? Ich trottel. Das war doch ein Höhleneingang. Warum nicht? Muss ich doch drauf achten. Komm schon. Gib mir einen Höhleneingang, bitte. Gib mir irgendwas zum reindaschen. Hier. Zack. Da geht es rein, Leute. Das macht Spaß hier. Unter Wasser macht echt Spaß. Hui. Wow, 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 wow. Eine Qualle. Hau ab. Hau ab. Geh weg. Geh weg. Nein, lass mich los. Ah. Okay, Leute. Das Krokodil kommt. Gleich kommt er. Da ist er. Da ist er. Wir müssen ausweichen. Bananen. Ich hätte gern so ein Speed-Ding. Schnell. Da ist es. Hui. Okay. Oh. Boom. Ah. Okay, Leute. Das war es. Gleich hat er mich. Gleich hat er mich. Da hat er mich. Feierabend. Feierabend. Ah. Okay. So. Weiter geht es. Wo ist denn... Wo ist hier etwas zum reindaschen, Leute? Gebt mir bitte was zum reindaschen. Oh mein Gott. Oh. Oh, was ist das denn? Sind das alles Bananenschalen? Die kommen immer näher. Ah. Ich habe Angst. Schnell, ich brauche es zum däschen. Okay, ich dash jetzt hier. Zack. Wir müssen uns von den Bananenschalen entfernen. Ja. Da. Oh. Was? Wir sind drin? Wir hatten einen Dash? Nein. Oh, das war es. Ah. Haben wir uns geschafft? Unter Wassergebiet haben wir geschafft. Yay. Okay. Noch was? Fünf Blumensprünge. Mhm. Lass uns mal in den Shop gehen und wieder ein Power abkaufen. Was ist das denn hier? 30 Bananen. Uh. Okay. Tuggan. Widersteht einer Kollision. Aha. Okay. Können wir uns aber leider... Der Keiler, der war gut. Hier, Giraffe hat man doch gar nicht. Ich glaube, wir nehmen erstmal den Magneten. Boom. Damit ziehen wir ab jetzt Bananen an. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Mehr Bananen bedeuten dann wiederum mehr Power-Ups. Und so weiter. Das Spiel nimmt also seinen Lauf. Könnte man mal sagen. Ne? Das Spiel nimmt seinen Lauf. Okay. So langsam ist es alles gut. Ist da? Das ist gut. Da ist ein... Aha. Da war einer. Da war ein Magnet, Leute. Die muss ich jetzt natürlich auch erwischen dann. Ah. Oh. Ich bin so doof. Ich weiche da aus, anstatt ich da reinmache. Okay. Ich glaube, wir haben gerade freigeschaltet, dass wir ein Dash von einer Liane ausmachen. Ich hoffe, das leckt hier nicht bei euch, Leute. Auf dem Bildschirm leckt es ganz schön. Ich hoffe, das ist im Video nachher nicht so. Das hier wäre natürlich überhaupt nicht schön, ne? Da achte ich drauf, Leute. Wow. What? Was geht denn hier ab? Okay. Wir sind in dem Baumkron. Okay. Das ist also Dash von einer Liane aus. Ja, Wahnsinn, Leute. Das machen wir nochmal. Hui. Hehe. Das ist ja richtig gut, ey. Sag mal. Ah. Ah. Okay. Da oben gibt es dann auch noch Tiere, ne? Da gibt es dann... Oh. Verdammt, ey. Ah. Ist egal. Wir haben etwas freigeschaltet. Und zwar da oben. Erreiche Baumkronen und Höhle. Nicht? Hä, wieso gab es denn das nicht? Wir waren doch gerade in der Baumkronen oder täusche ich mich? Hm. Oh, dieses blöde Fass. Das macht zwar nichts. Glaube ich zumindest. Aber es nervt mich, dass ich da immer wieder gegenspringe. Okay. Auf ein neues. Zack. Okay. Wir haben den Dash, Leute. Wir haben den Dash. Was wir brauchen, ist eine Höhle, eine Liane oder ein Eingang zum Wasser. Hier ist eine Höhle. Oh. Da sind wir. Okay. Komm. Jetzt gib mir noch mal so ein cooles Tierchen hier. Gib mir das Schwein. Wo ist das Schwein? Ist kein Schwein. Kein Schwein. Oh. Oh nein, Leute. Wir sind mit dem Kopf dagegen gestoßen. Oh. Was ist das denn, ey? Okay. Komm. Eine Runde schaffen wir noch, oder? Schaffen wir noch eine Runde. Oh. Okay. Gehen beide gegen die Laufen. Herrlich. Otto, super. Du wirst immer besser. Man sollte ja meinen, nach einer gewissen Zeit kriegt man das raus. Na. Das ist bei mir halt nicht so. Ich kriege das halt einfach nie raus. Ich werde immer wieder dagegen rennen. Keine Ahnung. Ich bin da so. Ich kriege das nicht hin. Ist doch egal. So. Liana. Dash. Das ist verdammt cool hier oben. Echt. Das macht Spaß. Auch wenn man nicht kontrollieren kann, wie man springt. Und daher recht schnell wieder runterfällt. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Errungenschaft freigeschaltet. Erreiche Baumkrone. Und Höhle. Da sind wir jetzt. So. Und jetzt hätte ich gerne dieses Tier. Dieses Schwein da. Das war cool. Was war das gerade? Eine Höhle in der Höhle? Nein. Nein. Ich habe mich getäuscht. Okay. Es wird schneller. Da ist es. Da ist es. Oh. Wir haben das Schwein. Ja cool. Bam. 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 Oh. Das Schwein ist hier so verdammt cool. Das ist ja bisher das coolste hier. Ups. 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 Das war kurz. Okay. Alles gegengerammelt. Oh. Oh Mann. Oh Leute. Na gut. Passt. Ist okay. Kriegen wir noch eine Errungenschaft. So. Okay Leute. Das war es jetzt aber erstmal. Für diesen Part. Wenn euch gefallen hat. Lasst mir doch einen Daumen nach. Schreibt mir einen Kommentar. und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut. Freien. Und ciao.